Hallo und herzlich willkommen zu Jazzpunk mit dem Ego hier. Der hat seinen Ego-Trip und wir müssen ihn in den Preis geben. Oh, eins von sechs? Okay, ich habe schon eine... eine böse Vorahnung, was wir zu tun haben. Wir müssen jetzt erstmal die Trophäen finden. Ja, hier haben wir doch eine. Passt doch. Oh mein Gott, wie geil. Ich will das Ding leer machen irgendwie. Das wird nicht leerer, schade. So, dann suchen wir mal weiter. Das war den mal ganz wunderprächtig aufblasen können da. Dass sein Ego richtig gefüttert wird. Schön, dass hier im Spiel regnet es und draußen scheint es auch zu regnen, dass es richtige Regenluft, die gerade durchs offene Fenster reinkommt. Ja, heute habe ich es mal wieder offen. Äh, Karatschopp. Aha. Eiscrush. Oh, das ist ja langweilig. Okay. Genozid klingt erstmal gut. Und jetzt verflüssigen wir es doch mal. Oh mein Gott. Ein Spiel für... No, nicht... not really, oder? Ah, ein, noch etwas. Wunderbar. Ich schau dir in die Augen, Kleines. Hier, bitteschön. Ah, so thick and creamy. Ah. Oh, Herr... Bloody Mary on the... Wunderbar. Uns fehlt nur noch ein Teil für den Kerl hier. Hey, Jungs. Ey, ich will auch mal. Hallo. Nicht wirklich, oder? Ah, wie mies. Das war unfair, mein Freund. Oh Gott, wie geil ist das bitte? Ich frage mich jetzt, wo das letzte ist. Hier rum scheint es nicht zu sein. Runter kommen wir ja zum Glück auch nicht. Oder können es nicht fallen? Ja, ich durchsuche wieder hier alles irgendwie. Ah, hier irgendwo müsste sich ja... Na, dann wollen wir mal sein Ego aufpusten, oder? Miss... was steht da? Ja, Panada... La Panada... Oh mein Gott, oh ne, Zapanada, keine Ahnung. Ne, tu es doch nicht. Das haben wir den ganzen Kram überhaupt fliegen können. Ne, ha, 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 ha. Oh mein Gott, oh mein Gott. Alfred Hitchcocks, die Toaster! Und wir sind ganz schön langsam. So, jetzt können wir uns hier auch endlich mal final noch mal ein bisschen umschauen. Ob es hier vielleicht außerhalb noch irgendwas Schickes gibt für uns. Da oben ist hier einfach so eine Säule. Spannend können wir auch nirgendwo, hm. Da ist nur noch mal ein Autochin. Da können wir bestimmt noch mal mit rumcruisen. Aber geiles Penthouse hier. Möchte ja am liebsten noch mal eine Runde golfen hier. Um das noch mal zu üben. Hm, ein Pool, den machen wir glaube ich... Ich werd's ausprobieren, ich werd's auf jeden Fall ausprobieren. Du schon wieder? Ich wusste, dass du ein Böser bist! Präsident Steps Down! Oh mein Gott. Mal gucken. Ach, da kommen wir gar nicht rein. Wie... Schade! Ich hätt's gerne ausprobiert mit den Hallen zu schwimmen. Mit den Hammerhallen, ne? War das doch Hammerhallen. Ja, sind... Sehen so aus wie Hammerhaie. Das hatten wir schon, das liebe Jelly. Kirsch wäre jetzt nicht so meinem bevorzugtes. Oh mein Gott, wie lang soll... 26 Stunden später... Und zwei Magenauspumpungen. Oh mein Gott, das ist so... So awesome, das Spiel. So, er ist immer noch ein Whisky drin, er freut sich wahrscheinlich. Whisky. Hochqualitäts-Whisky. Und warum ist der so klar? Das sieht aber nicht nach Whisky aus, mein Freund. Und... So, Freezer Director... Consification. Ich weiß nicht, was Consification bedeutet. Ähm... Waaah! Ich will den Direktor nicht mal safen. Ich will doch nicht in den seinen Maul rein! Aber es ist inzwischen auf jeden Fall... Es werden dann zwar nur kurze Folge... Aber ich glaube, das kommt... Ich will nicht. Nein! Therefore! Oh mein Gott! Oh-Oh.. Im Saal, jetzt müssen wir hier raus und komm! Kann ich hier draufhauen? Halt drücken! Keine Ahnung, Vielleicht müssten wir jetzt den Ausgang finden? Ich überlege gerade, wie hieß denn dieses, äh, die Ratte bei South Park. Nee, es sind die Credits. Written und directed by Luis Hernandez und Jess Brose. Ich glaube, das war, ich weiß gar nicht, ich glaube, es ist doch nur ein Zwei-Mann-Team, ne? Ja, bei Luis Hernandez. Ja, ich glaube, es war ein Zwei-Mann-Team, die das hier entwickelt haben. Prümming bei Jess Brose. Das war schon eine Eigenbeweihräucherung. Ich würde es genauso tun. Es ist ein Christmas-Card-Smogler-Camp-Dockport. Ah, sehr schön. Oh mein Gott. Tarantula-Rexing-Budget. Ah, yeah! Was steht denn da? Stunts bei Unpaid-In? Oh mein Gott, es ist so herrlich. Ich liebe dieses Game, auch wenn es jetzt nicht super lang ist. So, finde ich es einfach genial. Motion Capture bei Octopus. Mimus. Ja, wir wissen wirklich aus. Oh mein Gott. Verdammt. Ich weiß nur noch, wie bei Softback der Bruder von der Rette, den er hat, wo sie ja Wikileaks aufgeschickt genommen haben. Aber wie hieß der jetzt? Es gab ja noch den Katata-Frosch und Sperlings-Prinzen. Aber den anderen habe ich mir vielleicht vergessen. Na egal, aber ich glaube, wir müssen hier gerade ein ähnliches Abenteuer bewertigen. Obwohl, wir laufen falsch rum. Verdammt. Wir hätten ja eigentlich vom Arsch nach oben kriechen müssen. Vampire Basketball Coach Samuel Rosenprash. Oh, Tilly Delicious by Santa Barbara Bullock. Ach, nicht schlecht. Jazz Park was filmed in front of a live studio Cobra. Eine der wohl schrecklichsten Serien, die es im Fernsehen geben kann. Cobra. Powered by the interference engine of whatever. Ich liebe es. Copyright. 1959b Nicolophon Games Corp. Alright. Preserved. Es ist so ein Hammergang. Okay. I have a particularly violent immune system. Best of luck. Also, please say hi to my secretary if I eat her for pudding. Simulation ends in 3, 2, 1. Oh, super geil. Musicals ist auch von denen gemacht. Sehr schön. Hoffen wir mal, dass es da keine Fake-Treffer am Ende drauf geben wird. Ich habe es ja jetzt in drei Tagen aufgenommen. Die erste Folge erscheint. Er ist in kommende Woche. Vorausgesetzt, ich habe dann noch bis dahin das okay von dem Publisher hier. Da warte ich noch drauf. Aber auf jeden Fall ein super geiles Game. Ein super, super geiles Game. Ich kann es aber nur jedem empfehlen und ans Herz legen, wäre das... Also wäre ein Hang zu so skurrilen Sachen... Au, au, au. Marriage Consume. Verdammt, wir haben eine Videokassette irgendwo vergessen. Was, wir haben nicht alle Vasen zerstört? Wir haben doch alle Vasen zerstört. What the fuck? Ich muss unbedingt bei Steam mal gucken, was es hier noch für Achievements gibt und ob ich die dann nochmal nachspiele. Weil das ist so ein Film, wo ich gerne alle hätte. Aus irgendeinem skurrilen Grund. Ah, Spill of Things. Ganz, ganz viele Credits. Aber wieder ein super unterhaltsames Spiel. Ein bisschen kurz. Also, der Humor hätte ruhig weitergehen können. Hätte nur ein bisschen länger sein können. Aber mit so viel Liebe zum Detail. Es ist auf jeden Fall sein Geld wert. Und ich kann es jedem von euch empfehlen, es selbst zu spielen, es auszuprobieren. Das macht nämlich noch um Längen mehr Spaß. Oh, Extras. Ah, Wedding Quake können wir jetzt spielen. Cool. Was meint er, liebe Zuschauer? Noch eine Runde Wedding Quake zum Abschluss? Dann wollen wir doch nochmal eine Runde dranhängen, ne? Wuhu. Champagne. Magical. You have gained the lead. Wedding Spree. Ja. Oh, der ist böse, der ist böse. No, 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 no. Ah, da haben sie uns erwischt. Aber wir führen Polyblack. Und diese Mal haben wir einen 36er-Pink. Press in die Key. Wir haben in die Key gedrückt. Cork Launcher. Oh. Von hinten. Oh mein Gott. Ich finde das... Den da will ich. Den da will ich. So, jetzt kommen wir da. Na komm. Oh, hoch da. Ja. Uh, daneben. Daneben, 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 daneben. Der hat aber auch immer das Ding, ne? Ja. Komm her. Wow. Ich glaube, zwei brauchen wir noch. Aber wir erschlagen uns richtig gut hier in dem kleinen Game. What the fuck? Ich bin unbewaffnet. Ich will lieber das Ding haben. Wieder. Wo ist er? Wo ist er? Yes. Oh mein Gott. Das ist super geil. Super geil. Und damit, wie gesagt, also wer Spaß an solchen Spielen hat, ich kann es nur wärmstens empfehlen und lege es euch sehr ans Herz. Vielen Dank für das Einschalten und Zuschauen. Ich hoffe, dieses Projekt hat euch gefallen. Ich freue mich natürlich auch sehr über Feedback zu dem Projekt. Gegebenenfalls auch mal für Projektvorschläge. So kleinere Spiele und so. Wären wir mal ganz lustig. Und natürlich die übliche Werbung in eigener Sache. Schaut auch ruhig auf meinen anderen Kanälen vorbei. Herr Okami, Herr Okami LP, Herr Okamis Höhle, das sind die drei. Ansonsten Facebook, Twitter, um immer auf dem neuesten Stand zu sein. Da würde ich mich auch sehr freuen, wenn ihr vorbeischaut. Und ansonsten halt bis zu einem neuen Projekt. Und ja. Vielen Dank nochmal fürs Einschalten und Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.